Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Herzlich willkommen zurück. Heute bei Alle Zeit der Welt wird es um Science Fiction gehen, um Literatur, um Verschwörungsglauben, um Androiden und die Zukunft, in der wir heute leben. Also die Zukunft aus der Perspektive der 50er Jahre, in der wir heute leben vielleicht. Benni, du bist unser Gast heute und unser Literaturexperte. Worum geht es denn heute? Das stimmt, hallo. Wir reden heute über Philipp K. Dick, man kann ihn als Visionär bezeichnen, man kann ihn als Wegbereiter, als einflussreichen Sci-Fi-Autoren sehen, als Prophet auch vielleicht. Ich glaube, für den Podcast gibt er viel her, weil er eben genau in eine spannende Zeit reinpasst, von den 50ern bis über die 70er, also kalte Kriegszeit, Paranoia, Überwachung, Drogen, Gegenkultur und dann halt auch irgendwann sehr spirituell und religiös unterwegs war und abgefahrene Konzepte hatte zu Realität und Identität und Zeit. Ja, super spannend. Ich bin sehr gespannt auf heute, vor allem, weil ich selber, glaube ich, noch kein einziges Buch von Philipp K. Dick gelesen habe und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du da bist und all diese Bücher für uns quasi die letzten zehn Jahre wahrscheinlich gelesen hast, nur um das heute den Hörerinnen von unserem Podcast zu präsentieren. Ja, weil dafür hätte ich jetzt natürlich keine Zeit gehabt, glaube ich, die alle alles zu pumpen noch kurzfristig. Mimi, was ist denn dein Bezug zu Philipp K. Dick? Ich muss auch leider gestehen, dass ich noch kein Buch von ihm gelesen habe. Ich habe irgendeins zu Hause rumliegen, mir fällt gerade der Titel nicht ein, irgendwas mit, ich habe irgendwie das Bild von Schafen im Kopf. Ja. Aber ich muss sagen, Stream of Electric Sheep, das ist das, was dann zu Blade Runner verfilmt wurde. Es liegt aber leider noch ungelesen in meinem Schrank, also muss ich unbedingt wahrscheinlich jetzt mal nach dem Podcast, wenn du uns allen richtig Lust drauf machst, Philipp K. Dick mal in die Hand zu nehmen und zu lesen, muss ich es mal auf jeden Fall wieder auskrammen. Aber es freut mich umso mehr, dass du uns heute eine ganze Menge über Dick erzählen kannst und ich freue mich schon, mich jetzt berieseln zu lassen und eine ganze Menge zu lernen. Also hallo Benni auf meiner Seite. Ich würde einfach erst mal so ein paar Biografiedaten abreißen, dass man sich so ein Bild machen kann von dem Mann. Der ist am 16.12.28 in Chicago geboren, hat aber den Großteil seines Lebens eben an der Westküste verbracht, in San Francisco und Santa Ana und Kalifornien. Und er ist 1982 dann dort gestorben. Also diese Jahreszahlen sind quasi umgekehrt. 28 ist er geboren, 1982 gestorben. Das kann man sich gut merken. Das kann man sich gut merken und das trägt auch schon dazu bei, zu dem Mythos allein. Ganz kurz, denn er ist ja quasi gestorben, bevor der erste Blade Runner Film rauskam. Genau, er war noch ein bisschen involviert in die Arbeiten mit Ridley Scott. Genau, danke. Und war am Anfang skeptisch. Er hatte da auch, glaube ich, ganz viel zu beanstanden, was ihm nicht gefallen hat in der ursprünglichen Fassung, weil es eben doch keine Eins-zu-eins-Adaption ist vom Buch und von der Thematik, so wie er sich das vorgestellt hat. Und dann irgendwann war er fein damit, aber hat es dann nicht mehr mitbekommen, weil er einen Schlaganfall erlitten hat und, glaube ich, erst nicht ins Krankenhaus gehen wollte und dann war es quasi zu spät und ist dann daran gestorben. Und warum er vielleicht nicht ins Krankenhaus gehen wollte, werden wir heute noch ein bisschen genauer erörtern, wenn wir uns den Charakter von dem lieben Philip K. Dick genauer anschauen, schätze ich. Genau, also er ist kein Einzelkind gewesen. Er hatte eine Zwillingsschwester, Jane, und die ist sechs Wochen nach ihm gestorben oder sechs Wochen vor ihm, also kurz danach. Und er hat das relativ spät erst erfahren von seinen Eltern. Das hat halt zu einem ziemlich problematischen Verhältnis geführt. Er hat denen auch unterschwellig die Schuld gegeben dafür. Wie, die ist nach seiner Geburt gestorben, oder wie? Ich habe es gerade nicht verstanden. Oder nach seinem Tod. Genau, sie ist sechs Wochen nach deren Geburt, also kurz nachdem die geboren sind. Ach, sie waren Zwillinge? Genau, Zwillingschwester. Ah, jetzt, sorry. Sie sind zusammengeboren und dann hat die Zwillingsschwester nicht überlebt. Er ist der überlebende Zwilling quasi. Genau, genau. Okay. Genau, das hat er spät rausgefunden und hatte irgendwie immer das Gefühl, dass die ihm fehlt, um komplett zu sein. Also er hat die irgendwie vermisst, obwohl er die nie kennenlernen konnte. Und das ist ein wiederkehrendes Motiv in seinen Büchern. Also es gibt immer irgendwie eine dunkelhaarige, mysteriöse Frau, die, ja, seine Zwillingsschwester repräsentiert. Er ist dann irgendwann an die University of California in Berkeley gegangen, aber nur von September bis November 1949, weil er unter Angstzuständen gelitten hat. Also er war generell kein wirklich sozialer Mensch. Der hat, ja, er hat keine Diagnose bekommen irgendwie, dass er, weiß ich nicht, Soziophobie hatte oder autistisches Spektrum oder irgendwas. Aber er ist auf jeden Fall mit Leuten nicht klargekommen. Er war ein sehr eigensinniger Mensch. Er hat das dann abgebrochen und hat dann aber trotzdem weiter Recherchen betrieben und weiter studiert quasi für sich selber. Ich habe hier so ein Buch, Philip K. Dick, The Last Interviews. Und da sagt er eben, dass er seinen Studierendenstatus eingetauscht hat gegen eine Bibliothekskarte und hat einfach die Sachen weitergelesen, die die in den Kursen behandelt haben. Er hat sich dann aber einfach mit niemandem diskutieren können, sondern hat sich quasi extrem viel selber angelesen. Wahnsinnig viele verschiedene Felder, also zwischen Germanistik und Geschichte und Philosophie hat er eigentlich alles Mögliche gelesen. Ganz viele religiöse, theologische Texte. Das hat dann eben auch dazu beigetragen, zu den Geschichten, über die er geschrieben hat. Sie haben da so einen jungen Mann, der ein bisschen sozialphob ist, aber gleichzeitig extrem versucht, sich die Welt quasi durch Bücher zu erklären. Wenn man Menschen nicht so klarkommt und noch kein Internet hat, dann ist die Bibliothek natürlich der Ort, wo man in die Köpfe von anderen Leuten und anderen hineinkommt, ohne sich mit ihm unterhalten zu müssen. Genau. Also in einer Doku, die ich für den Podcast gesehen habe, sagt sein Therapeut Barry Spatz, dass er nicht den diagnostischen Regeln entsprochen hat. Er hatte einfach von allem irgendwas. Alle Boxen getickt quasi. Eine bunte Mischung. Richtig. Egal, wo du hingreifst, irgendwo ist was kaputt. Ich tebe gut, richtig. Ja. Naja, und er hat sich halt viel aus der Gesellschaft zurückgezogen und also Schreiben hat ihm dann quasi geholfen, Aussachen Sinn zu machen und zurechtzukommen. Also darüber hatte er Kontrolle, über alles andere nicht. Ja, dann. Ja, wir hatten in der letzten Folge zur Freimaurerei auch so kurz drüber geredet, dass ja Geschichte auch für uns so ein bisschen so eine Sinnsuche ist und dieser Podcast auch ein bisschen unser persönliches Coping mit den vielen wahnsinnigen Ideen, die so in der Geschichte durch, die so rumtaumeln, auf die man so stößt, wo man sich fragt, wo kommt denn das her und warum gibt es denn solche Gedanken oder wo kommt denn diese Ideologie her und es freut mich immer und es ist immer beruhigend bei Schriftstellern, wenn man denn ihre Bücher liest, den Eindruck zu haben, da passiert sowas auch. Also gerade im Science-Fiction-Bereich ist ja quasi, was die Geschichte nach hinten gewandt ist, ist der Science-Fiction-Blick so ein bisschen nach vorne, aber in beiden Fällen versucht man sich, seine Gegenwart zu erklären. Also die tausend Bücher über den Fall von Rom sagen immer mehr über die Zeit aus, in der sie geschrieben wurden, wie über den Fall von Rom und genauso ist es auch bei Sci-Fi. Es ist witzig, dass du es sagst, weil das Römische Reich kommt auch noch mal vor. Es ist ja mittlerweile so ein Meme, wie oft denken Männer ans Römische Reich und wir werden nicht feststellen, Philipp Kedick hat auch sehr oft ans Römische Reich gedacht. Genau, wie oft ist es berüchtet und so? Durch den Podcast jetzt öfter, tatsächlich mit der Recherche, denke ich öfter mal dran. Ja, mein Twitter-Account ist leider voll von römischen Updates, Updates und Memes über die Römer. Von daher denke ich schon relativ oft auch ans Römische Reich. Aber ich muss sagen, nur ans Römische Reich zu denken, ist auch ein bisschen eingegrenzt. Kommt drauf an, ich glaube, Philipp Kedick hat einen ganz guten Grund dafür gehabt, warum er so fixiert war dann aufs Römische Reich. Ich denke, ich würde sagen, an die Antike generell denke ich schon sehr, sehr oft. Also ich denke schon mindestens ein, zweimal am Tag an die Antike. Aber genau, nur so ein kleines Guilty Pleasure. Ja, kleines Guilty Pleasure, so ein bisschen sich überlegen, auch ein bisschen dankbar sein, dass nicht nur jeder Fünfte 25 wird und so. Heutzutage. Einfach ein bisschen, ja, jedes Mal, wenn ich beim Arzt war, denke ich an die Antike und denke mir, Mensch, die haben heute aber wenig Adalas gemacht. Genau, also er hat eben seinen Uni-Werdegang da abgebrochen in Berkeley und hat ab da ziemlich zu struggeln gehabt, weil er eben gemerkt hat, er will auf jeden Fall schreiben und hat nebenbei in Plattenläden gearbeitet und also verschiedene kleine, schlecht bezahlte Jobs gemacht und quasi war so ein hochproduktiver, aber hungernder Künstler zu der Zeit. Also hat teilweise auch Hundefutter gegessen, weil das billiger war als richtiges Fleisch und also so der komplette Grind, das hat er so durchgezogen und er hat ganz lange versucht, in diesen Science-Fiction-Pulp-Magazinen veröffentlicht zu werden, also die Perry Rodens ihrer Zeit, also Weltraumreisen, Raketen und so weiter, Aliens. Die hat ja auch zu der Zeit L. Ron Hubbard ganz stark bedient, also das ist so ein Genre, das nach dem Ersten Weltkrieg extrem explodiert, mal zu den frühen Sci-Fi-Sachen im 18. und 19. Jahrhundert und dann wird aber auf einmal diesen Massenmarkt von günstigen Magazinen im frühen 20. Jahrhundert und das wird in Massen also konsumiert, diese ganzen Ideen über die Zukunft und diese ganzen schnell geschriebenen in Masse produzierten Sci-Fi-Bücher. Ich glaube L. Ron Hubbard, der Gründer von Scientology, hat ja glaube ich also Hunderte geschrieben und war damit auch sehr erfolgreich, aber das war eine Möglichkeit zu der Zeit tatsächlich ganz okayes Geld zu verdienen und wenn man da fließbandmäßig das gemacht hat aber es hat für Philipp Kedig nicht so gut funktioniert wie L. Ron Hubbard denn es gibt keine große weltweite Sekte von der ich weiß heutzutage auf die Philipp Kedig zurückgeht. Also das hat mäßig für ihn funktioniert, war extrem produktiv gewesen, also er hat selber mal gesagt, er ist eigentlich nie arm an Ideen gewesen, er ist einfach nur nicht hinterher gekommen, die alle aufzuschreiben. Das hat halt auch irgendwann dazu geführt, dass er Amphetamine missbraucht hat, dass er bis zu 60 Seiten am Tag dann eben schreiben konnte, einfach nur um damit das Geld reinkommt und er für die Amphetamine richtig und seine erste Veröffentlichung war dann mit 23 es war 1952 gewesen mit einer Geschichte die hieß Rook, die habe ich nicht gelesen, weiß ich nicht, war aber auch dann auf langer Flur erst mal das Einzige, also er hat es veröffentlicht, das war aber nicht wirklich erfolgreich, sagen wir so und er hat dann auch irgendwann einen Punkt erreicht, wo er der Meinung war, er versucht es jetzt noch ein, zweimal und wenn das nicht funktioniert mit dem Schreiben, dann lässt er es komplett sein und hat dann, ist dann quasi abgewichen von diesen klassischen Sci-Fi Storys und hat sich dann eher in Richtung spekulativer Fiktion begeben mit The Man in the High Castle, was ja, weiß ich, kennt ihr vielleicht, wurde dann auch von Amazon Studios verfilmt als Serie, was einfach einen Plot spinnt um die Annahme, dass der Zweite Weltkrieg anders ausgegangen ist und dass die Welt aufgeteilt wird zwischen den Nazis und Japan und dem unabhängigen Afrika, glaube ich, also dass es diese drei Großmächte dann eben gibt und eine alternative Realität quasi, was, werde ich später noch erzählen, ein großes, großes Thema ist in seinen Büchern. Das hat dann funktioniert, genau. Alternative History schon gefasst, also das ist ja auch nicht, also bei vielen von seinen Büchern oder von den Filmen verfilmten Sachen, ich habe ja schon gesagt, dass ich keine Bücher von ihm gelesen habe, gibt es eine Mischung aus Close Fiction, aus alternativer Geschichte, die sich dann weiter, weiter gesponnen wird und klassischen Sci-Fi Sachen und je nach Buch werden diese Zutaten ein bisschen anders zusammen gemischt und der Man in the High Castle ist natürlich etwas, was extrem viel danach auch Leute inspiriert hat, weitere alternative Geschichten zu schreiben und ja, also die Hearts of Iron 4 Community mit ihren ganzen Alternate History Mods ist da auf jeden Fall auch Philip K. Dick einiges schuldig. Also da hat sich auf jeden Fall auch gezeigt, dass er wahnsinnig viel gelesen hat, weil er eben geschichtlich bewandert war, die Nazis studiert hat, also auch wahnsinnig an Deutschland interessiert war und dann auch eben diese Machtstrukturen weiter erforschen wollte, gerade in der Zeit, also das ist 62 erschienen, wo eben der Kalte Krieg noch ein präsentes Thema war und wo diese großen Führer von Großmächten einfach auch so Züge angenommen haben von eben, ja, also in seinen Augen extrem autoritär, faschistisch und so weiter, dass er eben gesagt hat, eigentlich ist es für ihn hat es sich scheinbar nicht großartig anders angefühlt, wie es ausgegangen ist, ob das jetzt die Nazis sind oder so ein Ronald Reagan oder so. Oder McCarthy-Era, Red Scare, wo alle verhaftet werden, die irgendwann mal was Positives über den Kommunismus gesagt haben, die 30 Jahre davor oder auch nicht und einfach auf einer falschen Liste stehen. Also der, gerade in den 60ern und früher, wo der Kalte Krieg so richtig am Hochkochen ist, gerade so, wo der Kalte Krieg quasi immer kurz davor steht, ein heiser Krieg zu werden und diese Mentalität, diese Idee des Kalten Krieges, der ja auch dadurch vor allem Realität wurde, dass alle dran geglaubt haben. Also der Kalte Krieg ist ja irgendwie auch ein Paradoxon und nur dann ein Konstrukt, das funktioniert. Was ist ein Kalter Krieg? Es ist kein Krieg. Es ist dieses ständige Drohnen zwischen den Blöcken mit atomarer Zerstörung, mit Einflussnahme und jeder wird nach innen autoritärer und versucht eben und hat damit die perfekte Rechtfertigung, wenn wir jetzt intern nicht autoritär werden und hart durchgreifen, dann werden die anderen gewinnen in diesem großen Land. Und dass auf beiden Seiten das eben in die Köpfe der Bürger auch reingezwängt wurde, das ist in den 60ern gerade extremes Thema. Von daher die Idee natürlich spannend zu sagen, wie anders wäre denn die Welt in den 60ern, wenn der Krieg anders ausgegangen wäre, so als der Misse. Und ich glaube, das hat zu der Zeit einfach noch nie, noch niemand in dem Ausmaß gemacht. Deswegen hat er quasi so eine neue Nische bedient und deswegen war dann eben The Man in the High Castle erfolgreich und dann hat er auch weiter rausgeballert. To Android's Dream of Electric Sheep kam dann 68 raus. Ubik, was auch ein sehr erfolgreiches Buch war, kam direkt das nächste Jahr raus. und 74 dann Flow My Tears, The Policeman Said. Und in den drei Büchern kann man schon sehen, dass sich die Themenrichtung menschlicher Identität, also dass die in die Richtung gehen, sich darauf mehr konzentrieren, was ist eigentlich ein Mensch, was ist eigentlich der freie Wille, den man hat in der Welt, wie der, wohin bewegen wir uns mit den aktuellen Tendenzen, also dieses Spekulative, wie wird eine Großstadt aussehen, wenn der Kapitalismus sich weiterentwickelt, wie er es tut, wie viele Menschen werden auf einer gewissen Fläche wohnen, was für Nationalitäten werden die haben, was für eine Sprache sprechen die, das ist alles Thema und halt immer wieder Realität. Also ich kann zum Beispiel zu Flow My Tears, The Policeman Said kurz was sagen, das ist 1974 veröffentlicht worden und das dreht sich um den Popsänger Jason Taverner und es geht darum, dass er von einem Fangirl angegriffen wird mit einer parasitären Lebensform, die sieht aus wie so eine Art Schwamm und wacht danach auf und niemand kennt ihn mehr. Also niemand weiß mehr, wer er ist. Völlig, völlig, völlig ins Gegenteil, völliger Gegenteiltag quasi so und das Ganze wird, also Spoiler Alert natürlich so, das Ganze wird dann aufgelöst, damit, dass ein, auch wieder eine dunkelhaarige junge Frau, mit der er dann eben was hat, eine neue synthetische Droge konsumiert, die ihr Bewusstsein auf alle anderen Menschen überträgt und das ist dann eben eine Parallelwelt, in der er nicht der berühmte Jason Taverner ist, sondern jemand Unbekanntes. Sie stirbt dann an einer Überdosis von dieser, von dieser, dieser psychedelischen Droge und mit ihrem Tod erinnern sich alle wieder plötzlich an ihn und alles dreht sich wieder in die, in die richtige, in die, in die Anführungsstrichen, normale Realität. Also das heißt, inwiefern eine einzelne Wahrnehmung oder eine einzelne Realität andere Leute beeinflusst oder ob die sich überschneiden. Da gehe ich dann nachher noch sehr weit ins Detail, soweit ich es verstanden habe. Und so ein bisschen die Frage, inwieweit leben wir, also wer sind wir, wenn wir nicht in den Köpfen der anderen existieren oder wer sind wir, wenn wir uns nicht in unserem Gegenüber spiegeln können, wie schaffen wir, wie schätzen wir uns als Mensch ein, als Individuum auch, unabhängig von den Meinungen anderer. Und das ist ja eigentlich, also wie wir bilden unsere Meinung über uns selbst ja auch größtenteils aus der Reaktion, die wir in unserer Mitmenschen hervorrufen. Genau. Also diese quasi, diese metaphysische Abgrenzung der einen Substanz von der anderen, indem man sagt, ich bin ich, weil ich nicht du bin. Das ist, das ist dann noch ein großes Thema, der bezieht sich da, dadurch, dass er viel gelesen hat, hat er auch immer ganz gut Name-Jopping betreiben können. Er hat sich da auf Spinoza bezogen und ich glaube auch, ganz oft Sachen von Descartes sind da mit reingeflossen, das, woher soll man wissen, dass man nicht in der Simulation steckt. So kann man nicht beweisen, man kann auch nicht beweisen, dass das, was ich als Farbe Rot bezeichne, dasselbe ist, was du siehst, wenn du Rot sagst. Also diese Sachen von Wahrnehmung. Was dann auch später zum Beispiel die Wachowski-Schwestern inspiriert hat zu Matrix. Also in der Medienlandschaft ist ja überall vertreten, einfach mit diesen Themen, diesen metaphysischen, philosophischen Themen. Und wenn du das gerade mit dieser Realität und auch dir der Droge ansprichst, was hat er zu der Zeit denn schon in alles konsumiert und wie viel? Du hast es nur kurz erwähnt, aber das hört sich ja jetzt schon auch an. Also dieses, ich weiß nicht mehr, wie ich bin und keiner erkennt mich, bis dann quasi die Droge verschwindet und dann erkennen mich alle wieder. So ein bisschen als Grundessenz davon. Oder, na, wer bin ich denn noch, wenn ich ganz viel Drogen nehme und noch einmal ganz anders bin? Also Amphetamine hattest du, glaube ich, schon erwähnt. Genau. Das war es auch eigentlich fast. Also er sagt immer wieder, dass er so dieses, dieses Image hatte, dass er da, auch weil er irgendwie ein bisschen, ein bisschen Teil von der Counterculture war, dass er so ein Hippie gewesen wäre oder, oder halt Acid geballert. Aber das hat er, glaube ich, nur einmal probiert. Da hat er in einem Interview gesagt und ansonsten waren es eine Zeitlang Amphetamine, einfach nur, um dazu zu gehören. Oder er hat auch Leuten erzählt, dass er Acid nimmt, einfach nur, weil das zu der Zeit alle gemacht haben und er wollte jetzt nicht irgendwie Leute irritieren. War halt normal zu der Zeit. Und um ehrlich zu sein, persönlichkeitstechnisch würde man ihm das ja auch nicht empfehlen. Wenn man jetzt einen jungen Philipp Kritik nach seinen ersten zwei Büchern trifft, würde man auch sagen, du, vielleicht, vielleicht nicht das Beste für dich. Vielleicht gibt es auch Veranlagungen, die, also die LSD nicht empfehlenswert macht. Aber seine, seine Anfälligkeit, seine Angsterkrankungen, seine Abweichungen psychischer Art haben ihn wahrscheinlich auch dafür sensibilisiert, inwieweit Wahrnehmung doch was extrem Subjektives ist und nicht übertragbar ist auf andere Menschen. Aber ich weiß nicht, ob da unbedingt auch Drogen immer eine Rolle spielen müssen, um sich die Frage der Realität zu stellen. Ich glaube, die stellen wir uns ja auch irgendwie täglich. Wir merken ja, dass unsere Wahrnehmungen von bestimmten Situationen und von bestimmten Situationen sich durchaus auch unterscheiden können. Und so das Gefühl der Depersonalisation oder Derealisation, das kann uns alle mal beschleichen. Und besonders auch in dem Krankheitsbild, das du bei Philipp K. Dick beschrieben hast, kann ich mir das gut vorstellen, dass er da auch in so Zustände gekommen ist und nicht nur an sich, sondern auch an der Menschheit an sich gezweifelt hat, die ja anders war, als er anders scheinbar wahrgenommen hat, anders gefühlt hat und er sich da nie so richtig als Teil des Ganzen, dieser ganzen Massen gefühlt hat. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, das, was die Leute so ein bisschen irritiert hat, dass er nicht einfach nur, also zumindest kann man es natürlich nicht 100 Prozent genau sagen, aber dass er scheinbar nicht einfach nur psychisch krank war oder dass das Folgen vom Drogenkonsum waren, sondern dass er einfach entfremdet war und sich aber so viel angelesen hat, was man nicht so viel gelesen hat, was dann irgendwie Hand und Fuß hatte in seiner Auslegung, dass man auch gar nicht hinterherkommt, darüber zu diskutieren, weil man eben diese ganzen Quellen nicht kennt. Das ist ja eigentlich, glaube ich, immer so ein Problem mit Verschwörern oder diesen Theorien. Bis du dir das alles angelesen hast und abgeklopft hast, ob da wirklich was dabei ist, kannst du es ja eigentlich nicht wissen. Vielleicht weiß der ja mehr als ich oder so, weil der hat ja die Zeit, wenn er da irgendwie zu Hause sitzt und seine Bücher schreibt und Bücher liest, wer soll da jetzt sagen, dass die Gnostiker jetzt nicht recht hatten oder so. Also er bezieht sich später ganz viel auf die Gnostiker, komme ich da noch dazu, auf ganz viele verschiedene religiöse Texte und ich denke mal, die wenigsten Leute hatten irgendwie Zeit oder Bock drauf, das alles zu lesen und darüber so viel nachzudenken wie er und dann ist es natürlich immer einfacher, jemandem so diesen Stempel aufzudrücken, ja, dass das dann Folgen von Drogenkonsum sind oder psychischer Krankheit. Das passt ja perfekt zur Gnosis, dieses Gefühl, ich bin entfremdet und ich lebe in einer falschen Welt vielleicht und ist ja jetzt was, was dem Gedanken, dem Grundgedanken, dem man der Gnostik nachsagt eben, dass es diese zwei Welten gibt mindestens und wir in der schlechteren Leben auf jeden Fall also passend, ist an sich schon ein extremer Sci-Fi-Gedanke, wenn man sich überlegt, die Gnosis vor 2000 Jahren hatte auf eine Art und Weise ja schon je nach Sekte und unter, unter oder unter aus Prägung je nach Denker ja schon so Ansätze, wo man heute sagen kann, das waren auf jeden Fall frühe Hippies, frühe Leute mit irgendwelchen Erlösungsgedanken und eben im Grundklang Gedanken, dass alles Materialistische in dieser Welt eigentlich alles schlecht ist und dass man da also eigentlich entkommen muss dieser Welt, anstatt sie zu verbessern, was erst mit Raumschiffen möglich sein wird in der Realität. Von daher kann man da schon so eine kleine Verbindung ziehen und andererseits ist natürlich auch in den 60ern und davor, ich muss da mal nachschauen, es wurden im 20. Jahrhundert über das Jahrhundert hinweg immer mehr gnostische Originaltexte entdeckt auch und übersetzt zunehmend. Das heißt, es war zu der Zeit auf eine Art und Weise, gab es da auch neues Material, wo man tief in die Vergangenheit und in ganz neue Gedankenwelten von Menschen vor 2000 Jahren eindringen konnte, die gar nicht so diesem klassischen Standard christlichen Bild, das man dann später entwickelt hat, entsprechen und die teilweise vielleicht Gedanken formuliert haben, mit denen sich Philipp K. Dick identifizieren konnte, weil die haben sich damals von der Gesellschaft und der Welt auch schon extrem abgestoßen oder hatten da kein Gefühl der Einheit mit der Welt auf jeden Fall oder keinen ruhigen Umgang, sondern eher eine konfrontative Haltung zur materiellen Welt und das kann ich mir extrem vorstellen, dass ihn das in seinen Bann geschlagen hat. Also der war vor allen Dingen, also es gibt viel darum, wenn man ihn behandelt, ob er jetzt wirklich paranoid war oder einfach nur Skeptiker oder so Dinge hinterfragt hat oder kritisiert hat. Er hat Institutionen nicht geglaubt. Er hat Autoritäten nicht geglaubt, Politik fand er schwierig. Also er hat alles sehr sehr kritisch gesehen, das sieht man auch immer wieder in den Büchern, also zum Beispiel in Simulacra, hatte ich kurz nochmal reingeguckt, da geht es zum Beispiel darum, dass die First Lady immer wieder durch eine Schauspielerin ersetzt wird. Also die altert nicht, es ist immer dieselbe, nur da gibt es ein Casting für die und die wird immer wieder erneuert und alle sind fein damit und akzeptieren das so, obwohl alle eigentlich wissen, da kann was nicht stimmen. So eine Sachen. Oder ich habe zum Beispiel ein Teil von meiner Bachelorarbeit hat sich mit Scanner Darkly beschäftigt, also der dunkle Schirm auf Deutsch von ihm, von 77. Da geht es ganz, ganz stark um Drogen und auch diesen War on Drugs, der dann quasi losging mit dem, mit dem, mit Nixon und so weiter, mit Ronald Reagan und so weiter und er selber war dann tatsächlich aufgrund von seinem Amphetamin Missbrauch mal in einer Rehabilitationseinrichtung und war da auch nicht so ganz überzeugt, dass die dem helfen wollen. Das heißt, das hat er so verarbeitet in Scanner Darkly, dass diejenigen, die dir helfen wollen, Drohungen zu bekämpfen und davon loszukommen, eigentlich darin verwickelt sind, wo sie herkommen und wie sie in die Gesellschaft kommen, also dass das System sich selber vergiftet und eine Pseudolösung bereithält für dich und dich eigentlich noch kranker macht und sogar noch mit einspannt in dieses Hamsterrad. In dem Gehalt gesagt wird nicht, das System ist vielleicht das Problem, das dich in diese Situation gebracht hat, in der du Drogenabhängig geworden bist, sondern es wird gesagt, du bist das Problem, du bist zu schwach, du selbst musst an dir arbeiten und besser werden und besser funktionieren in diesem System. Und das ist ja schon auch ein bisschen der Anspruch von Entzugskliniken und oft ist es eben nicht die Person, die sagt, ich will selber entziehen, weil es mir dann besser geht, sondern es gibt äußere Sachzwänge, die auch irgendwie die Person dahin drängen sollen und sagen, du musst das jetzt eigentlich machen, damit du so funktionierst, wie wir das von dir erwarten. Und das ist natürlich eine sehr kurz gegriffene Lösung, die für alle anderen sehr bequem ist, weil dann muss nur die Person, die das Problem hat, sich ändern und alle anderen können schön weitermachen bisher. Ich denke, ein generelles gesellschaftliches Problem, dass die Verantwortlichkeit für deine persönlichen Unzulänglichkeiten in der Gesellschaft bei dir liegen und die gesellschaftlichen Grundtendenzen und Probleme einfach verdrängt werden. Diese ganze Thematik rund um Resilienz beispielsweise zielt ja auch nur darauf ab. Achtsamkeit. Ja, aber Resilienz wird ja eigentlich gesagt, ja gut, wenn du damit nicht klarkommst mit so einem Schicksalsschlag, wenn du nicht damit klarkommst, deinen Job zu verlieren und in eine tiefe psychische Krise hinein driftest, dann bist du einfach nicht resilient genug gewesen. Dann machst du mal einen Resilienz Workshop, gehst dir mal drei Wochen ins Schweigekloster, tust dir was Gutes, arbeitest daran, dass du ein bisschen stabiler wirst oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder auch das ganze Arbeitsamt, das versucht ja auch nur so gewisse soziale Dynamiken zu reproduzieren und zu sagen, ja, das ist jetzt dein Problem, dass du hier keine Arbeit findest, dass du aus schlechten Familie kommst, die irgendwie sozial und finanziell nicht so gut aufgestellt ist, dass du wenig soziales, kulturelles Kapital mitbekommen hast, das ist eigentlich deine Schuld, dass du jetzt keine Arbeit hast, das liegt einfach daran, das ist keine gesellschaftliche Grundtendenz, keine grundsätzliche Ungerechtigkeit, die in unserer Gesellschaft vorherrscht, sondern darum bist du allein schon weil der freie Markt regelt das nenne ich ja genau die unsichtbare Hand des freien Marktes regelt das nenne ich und wenn du dann reinpasst dann schnippst du dich vom Tisch ja aber das ist nicht das Problem der Gesellschaft du bist das Problem wenn du dich unwohl gefühlst in der Gesellschaft das wie gut es allen geht wie alle in der Werbung lachen und sich ihres Lebens freuen und dass du jetzt zu Hause sitzt und dich irgendwie scheiße fühlst weil überall nur Krieg und Chaos herrschen und deine Wünsche und Hoffnungen irgendwie zerfließen und nicht umgesetzt werden können das ist dein Problem ja man wird so bisschen gegasleitet dass die Reaktionen auf diese ganzen Zustände nicht normal sind sondern dass man eigentlich dass es einem eigentlich gut gehen sollte und man nicht mit so Anzuständen oder Existenzängsten oder sowas auf das Weltgeschehen genau mach dir das Flasche Shampoos auch setz dich in den Jacuzzi und dann ist alles gut ja ich würde ich würde tatsächlich an der Stelle noch mal ein bisschen mehr über der dunkle Schirm reden weil das einfach perfekt passt und das war einerseits das erste Buch was ich von ihm gelesen habe nachdem ich die Verfilmung von Richard Linklater gesehen habe mit Keanu Reeves und Winona Ryder und so weiter und ich finde es ist auch wahnsinnig gut konstruiert dieses Buch vom Plot und die Themen sind so spannend also deswegen es ist mein Lieblings Dickbuch von ihm ich habe ja schon gesagt es geht also haben wir da gerade Zeit für können wir das mal ja ja mir sicher also alle zweite genau also es geht um Bob Robert Arcter Bob und der führt quasi ein Doppelleben der hatte es hat diesen Suburban American Dream gelebt mit einer mit einem Haus mit Kindern mit einer Frau und so weiter und der hat das gehasst und hat das alles aufgegeben und wohnt jetzt in seinem Haus mit Junkies zusammen einfach so random Leute mit denen er dann so scheinbar befreundet ist und die sind alle abhängig nach der Substanz T T steht für tot und es ist halt eine sehr gefährliche Droge in dem in der Form dass es nicht körperlich schädlich ist aber es greift das Gehirn an und irgendwann hören deine Gehirnhälften auf miteinander zu kommunizieren quasi also so als wenn du dadurch psychisch erkrankst so ungefähr kann man sich das vorstellen und das ist auch teilweise wieder autobiografisch weil Philip K. Dick auch mehrmals verheiratet war und auch wirklich eine Zeit hatte wo er in seinem Haus mit Hippies und mit Wohnungslosen und Drogensüchtigen zusammen gewohnt hat und der Bob arbeitet aber ironischerweise nebenbei verdeckt als Drogenermittler beim also quasi wie bei der DEA aber es ist nicht CIA ich weiß es gerade nicht genau aber auf jeden Fall für die Regierung um rauszufinden also um sich selber zu beschatten er trägt so einen Jedermannanzug heißt er das heißt er selber geht auf die Arbeit in diese Ämter in diesen Staatsapparat gegen die Drogen aber niemand weiß wie er aussieht und wer er ist die kennen sich gegenseitig nicht weil diese diese Verbindung zum Drogenmarkt und zu der Gegenkultur so aufgeladen und so gefährlich erscheint dass die sich gar nicht erlauben können sich gegenseitig zu kennen deswegen müssen die voreinander anonym bleiben damit die safe sind quasi dabei sind die im Umkehrschluss die Bedrohung für die Leute die die Drogen nehmen also die haben es sind völlig verertete Fronten die haben komplett Angst voreinander und deswegen wissen die nicht augenscheinlich wissen die nicht dass er sich selber beschattet die haben nur irgendwie das Gefühl dass dieser Bob Arcter der führt irgendwas im Schilde der muss beschattet werden das heißt er installiert in seinem eigenen Haus Kameras muss aber immer wieder diesen die dürfen nicht rausfinden dass er das selber ist und das 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 macht dieses Buch so aus am Anfang muss er sich so viel den Kopf drum machen was auf dieser was auf diesen Überwachungstapes zu sehen ist ohne dass das Rückschlüsse ziehen lässt dass er selber Bob Arcter ist und natürlich muss er muss er um diesen Schein zu wahren auch Substanz T nehmen und da wird es dann interessant weil irgendwann kann er Bob und Fred nicht mehr auseinander halten und hat vor sich selber Angst das heißt während er Fred ist und Drogenermittler ist weiß er selber nicht was dieser Bob Arcter tut und er wundert sich was der im Schilde führt und und ist wirklich komplett paranoid auf diesen Menschen der er selber ist und umgedreht umgedreht ist der Bob Arcter in seinem Haus mit mit seinen kriminellen Drogenfreunden wahnsinnig paranoid dass er dass er hops genommen wird und irgendwann kommt dann der der große Reveal dass dieses dass dieser Anti-Drogen-Apparat die ganze Zeit wusste wer er ist und er dann von seinem Job liquidiert wird weil er diese Droge genommen hat also es ist es ist super ironisch er musste das nehmen um eben nicht aufzufallen dass er ein Spitzel ist gleichzeitig geht es komplett gegen die Regeln dass er während der Arbeitszeit Drogen nimmt das heißt Ende vom Lied ist er geht psychisch völlig kaputt kann also verliert komplett den den Sinn für sich selbst und löst sich quasi auf und wird dann in diese Rehabilitationszentren gebracht wo sie ihm eigentlich nicht helfen sondern ihn noch mehr brechen und er endet dann auf einer Farm wo er arbeiten soll und erntet dort diese kleinen blauen Blumen die das Rohprodukt sind von Substanz T das heißt diese Rehabilitationszentren haben mit der Herstellung von Substanz T zu tun und füttern sich quasi selbst und vergiften quasi die die Gesellschaft und so weiter also so ein Kreislauf dann wahnsinnig gut also extrem gut macht extrem Lust das Buch mal zu lesen und auch also so erzählt hast sind mir direkt mehrere Referenzen zu späteren Büchern und Filmen eingefallen wo diese Idee also gerade Fight Club ja diese Idee ja extrem aufgreift und dann weiterentwickelt oder anders verarbeitet nochmal und die beiden Gehirnhälften die sich gegenseitig zu überwachen versuchen und diese interne also ist vielleicht eine ganz gute Analogie was bei paranoiden Gedanken im Kopf so passiert wie sich das so anfühlt wenn man paranoide Gedanken hat und quasi die eine Hirnhälfte die andere jagt ja Paranoia vielleicht generell soll man da drüber reden jetzt oder später ich hatte ich hatte auch gerade als du das erzählt hast den Gedanken an Michel Foucault und seine panoptische Gesellschaft wie er sie beschrieben hat das Panoptikum war ja so ein ideales Gefängnis das von Jeremy Bantham entwickelt wurde das ist mal glaube ich ein Fünfeck angeordnet und in verschiedenen Stufen ganz viele Gefängniszellen und die einzige Möglichkeit in diese Zellen hereinzuschauen war ein Turm in der Mitte dieses dieses Gefängnisses wovon man in alle Gefängniszellen reinschauen konnte quasi die Idee mit möglichst wenigen Leuten möglichst viele bewachen oder Verschluss halten zu können und Gilder wurde ja auch extrem adaptiert bei den tatsächlichen also Gefängnisaufbauten wenn ihr euch mal ein paar Gefängnisse auf Google sehen die heutzutage oft so ein bisschen so aus aber die Krux ist ja dass die Gefängnisinsassen nicht wissen ob sie gerade beobachtet werden aber leider die Möglichkeit dass die Möglichkeit besteht dass sie zu jeder Sekunde beobachtet werden verhalten sie sich so als ob sie beobachtet werden sie unterlassen ein bestimmtes Verhalten und insgeheim lernen sie eigentlich den Blick des Wächters in diesem Turm ob er vorhanden ist oder nicht auf sich selber anzuwenden und das hat eben Michel Foucault als Inbegriff der modernen Überwachungsgesellschaft gesehen dass wir eigentlich lernen uns selbst zu überwachen also einen paranoiden Blick auf uns selbst anzuwenden als würden wir die ganze Zeit beobachtet werden obwohl der die Person die uns die ganze Zeit beobachtet und unter deren Kontrolle wir uns verändern eigentlich wir selbst sind und so diese Paranoia die auch in unserer heutigen Gesellschaft steckt oder die Foucault da beschrieben hat die habe ich da extrem rausgehört und uns also nochmal extrem überspitzt jetzt in diesem Beispiel von diesem Rob Arcter herausgelesen super spannend ja und vielleicht ist es auch gar nicht so überspitzt weil in der Zeit wo jeder die ganze Zeit am Handy hängt und das tatsächlich einfach zu überwachen ist sind wir ja an einem Punkt wo wir eigentlich jetzt technisch im Vergleich zu damals viel näher an der totalen Überwachung oder der Möglichkeit wenigstens einer zentralen technologisch sogar ohne die eigene Person im Turm also wenn ein Panoptikum die Person durch den Computer und durch Kameras ersetzt dann brauchst du da gar niemanden mehr haben und alle sind sich sicher dass sie die ganze Zeit überwacht werden genau der Turm kann auch die ganze Zeit leer sein das braucht gar keinen allein nur der Gedanke daran dass man überwacht werden könnte der wurde durch einen Algorithmus durch einen Überwachungsalgorithmus ersetzt du musst in China gar nicht die ganze Zeit tatsächlich überwacht werden zu wissen dass die Regierung das theoretisch kann reicht ja vollkommen aus also Benni du schaust skeptisch ne ich schaue nicht skeptisch ne es ist erschreckende erschreckende Klarheit die sich in meinem Gesicht widerspiegelt Erkenntnis ich möchte gerne den Flugmodus anmachen oder irgendwelche Anti-Spywell runterladen oder so ja und gleichzeitig dann aber auf der anderen Seite auch der Gedanke selbst wenn mich jetzt jemand konkret meinen Internetverlauf die ganze Zeit überwachen würde ich meine wenn das ein Mensch machen müsste und kein Algorithmus das arme Schwein das alle Wikipedia-Artikel die ich mir so reinziehe nachvollziehen soll oder die ganzen skurrilen PDF die wir uns für die Podcast Recherche hier runterladen wenn sich da irgendjemand mal fragt wie radikalisiert ich bin wird das auf jeden Fall ein bedenkliches Bild weil ich habe sehr viel Julius Evola runtergeladen in letzter Zeit und sehr viel Verschwörungstheorien gegen die Freimaurer mit reingelesen von der katholischen Kirche und die jetzt noch also die Checklist wird immer voller ich warte noch bis sie irgendwann kommen und mal fragen aber das ist ja der Punkt man macht sich darüber Sorgen obwohl man sich darüber keine Sorgen machen müsste eigentlich aber der Gedanke steckt auf jeden Fall in dem Kopf von einem drin wenn man sich auf so skurrilen Websites teilweise rumtreibt Moment was gibt denn das für einen Eindruck hier wenn ich das jetzt google ja genau das ist genau der Vibe von diesem Buch also als Fred in diesem Jedermann-Anzug guckt er ist sein einziger Job eigentlich nur sich Aufnahmen von ihm selber anzugucken also diese Holotape-Kamera Aufnahmen und das ist das Ganze das ist alles was er den ganzen Tag tut er guckt sich selber dabei zu wie er entweder was Kriminelles tut oder eben nicht das kann ich kaum nachvollziehen genau also das ist eben so mein Einstieg gewesen in die Bücher von ihm und Paranoia und Verschwörung ist dann auch der nächste Punkt auf meinem schlauen Zettel weil also er wird er wurde immer viel dargestellt als Opfer von Überwachung aber tatsächlich wenn man da ein bisschen tiefer reingeht hat er selber oft das auf den Kontakt mit dem FBI gesucht was überraschend ist und da wird es dann auch langsam endlich endlich so ein bisschen abgefahren also es gab es gab tatsächlich einen Einbruch bei ihm zu Hause im November 1971 wo ein Safe aufgebrochen wurde und Manuskripte gestohlen worden sind also ich glaube keine Wertgegenstände sondern diese Manuskripte waren dann weg und er war der Meinung also er fand sich auch schon sehr geil also ich glaube er hat einfach wirklich gedacht er hat was so aus Versehen war das geschrieben dass die Regierung langsam Spitz bekommt das darf nicht in die Öffentlichkeit die dürfen das nicht wissen so also da da ging es schon los dass er was langsam prophetisches bekommen hat und von sich also große Stücke auf sich gehalten hat und auf seine Schreibe und genau und dann hat er langsam auch angefangen ab und zu mal mit dem FBI zu schreiben zum Beispiel in Bezug auf den auf den Sci-Fi Kollegen Thomas Dish falls ihr mal von dem gehört habt der ist nicht nicht so groß wie Philipp Kedek aber der hat ein Buch geschrieben das heißt Camp Concentration und da hat er eine anti-amerikanische Organisation vermutet nachdem er dieses Buch gelesen hat und deswegen hat er hat er quasi so ein das Kollegenschwein gespielt und hat den hat den Feds dann so ein bisschen gesagt hey behaltet den mal auf dem auf dem Schirm der schreibt Sachen da könnte was könnte was war das kommunistisches anti-amerikanisches dran sein obwohl er selber ja eigentlich nicht so viel auf Amerika gehalten hat und die Zeit in der er war ja klar ist ganz komisch einerseits zu vermuten dass man die große Geheimnisse der verschwörerischen Regierung aufdeckt und die Langzeitpläne für die Zukunft und deswegen werden einem die Manuskripte gestohlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite meldet man sich beim FBI vor Petz die Kollegen das Buch wurde ja danach nicht irgendwie zensiert oder so das hatte ja einfach also er hat einfach nur das Buch von einem Kollegen gelesen und war der Meinung da sollte mal dringend jemand die Polizei an Europa im lasten Zimmer des Autos das ist ein guter Folgentitel den wir glaube ich leider nicht machen können aber The Dick Move wäre Paranoia und Big Moves ist halt einer von diesen zwei erwähnenswerten Kontakten mit dem FBI das andere hat mit der Veröffentlichung von Ubik zu tun und der polnischen Übersetzung davon von Stanis Lehm und da hatte ich mir das angelesen in The Two Faces of Philip K. von Robert Filmust wo er das so ein bisschen aufschlüsselt welche Sachen passieren mussten damit er wirklich glaubt dass Stanislaw Lehm und die polnische Übersetzung seines Buches Teil von der kommunistischen Verspörung sind Der Kalte Krieg ist auf jeden Fall nicht spurlos an ihm vorbeigegangen Absolut nicht Absolut nicht Also es gab irgendwie sieben Briefe und vier Events zwischen dem Frühling und Sommer 1974 die dazu geführt also die das Ganze so ein bisschen dokumentieren Er hatte eine wie gesagt eine polnische Übersetzung von von Ubik laufen dann gab es ein Interview einer Fernsehcrew die sich als Paris TV vorgestellt hat deren postalische Ankündigung aber aus Ostdeutschland kam das das fand er ein bisschen sketchy dann hat er Besuch bekommen von Karl-Warkstadt ja der beste Ort um Undercover geheime kommunistische Verschwörungen in den Westen zu schicken dann hat er Besuch bekommen von Peter Fitting und Frederick Jameson glaube ich es sollte eine Sonderausgabe im Fernsehen zu ihm geben und Philip K. Dick war ab einem bestimmten Punkt überzeugt dass Stanislaw Lem ein KGB-Agent war der sein Geld stehlen will mit dieser polnischen Übersetzung und dieses Fernsehteam will ihn dann nach Osteuropa verschleppen also von Paris nach Warschau nach Krakau und so weiter wer weiß wohin auf jeden Fall Richtung Osten und dadurch war er extrem misstrauisch den Verlagen und PublizistInnen gegenüber und hatte da irgendwie das Gefühl dass das macht keinen Sinn das greift nicht so richtig ineinander war da sehr überzeugt von dass ihn irgendjemand verschleppen will und dass das mit den Kommunisten zu tun hat das macht noch Sinn also das kann man noch irgendwie nachvollziehen im geschichtlichen Kontext das ist noch okay aber dann dann hat er 1977 eine Konferenz gegeben in Frankreich und da wird es jetzt abgefahren das wird jetzt ein bisschen schwierig zu erklären es ist sehr sehr viel und es ist sehr komplex wenn man wenn man davon ausgeht Zeit verstanden zu haben ich würde das jetzt von mir einfach mal behaupten also wie ich Zeit verstanden habe ist eben linear und es geht euch hoffentlich auch so und er war da aber nicht so zufrieden mit und er hat auf dieser Metz Konferenz 1977 ein Essay vorgelesen mit dem Titel If you find this world bad you should see the others das ist eine Referenz auf Leibniz dass wir in der besten aller möglichen Welten leben und jetzt sind wir nicht zufrieden das war Leibniz dem deutschen Philosophen der hat ein Buch geschrieben genau die beste aller möglichen Welten und hat es auf so eine christliche Welt also auf so eine christliche Logik zurückgezogen dass wir eben in der Welt leben die Gott geschaffen hat und die einzige Welt mit Leben auf dem ganzen Universum und das Zentrum also nimm mal das Zentrum der unseres wir drehen uns zu dem Zeitpunkt schon um die Sonne mit der Erde aber trotzdem eben unser Solar System Number One in the Universe und darüber hat sich dann eben der es gibt Kandid und der Optimismus dann als satirische Schmähschrift über die Schrift von Leibniz wo die ganzen Schrecken der Welt quasi wie ein bisschen das Absurdeste nachverfolgt werden von wem ist das nochmal Kandid von Voltaire der sich über Leibniz lustig macht genau das war damals so das große Battle und Kandid ein Buch das bis heute in den Schulen gelesen wird kein Schwein liest Leibniz mehr Leibniz hat die Kekse bekommen und Kandid hat sich literarisch durchgesetzt nur weiß heute meistens keiner mehr wenn sie das Buch lesen worüber sich da lustig gemacht wird es ist spannend dass ihr das reinbringt das ist nice weil es ist genau das worauf er so ein bisschen raus will mit seinem Konzept von orthogonaler Zeit also dass es eben keinen linearen Zeitstrahl gibt sondern mehrere parallel verlaufende Zeitstränge oder man kann das auch Multiversen nehmen wenn man in der Sci-Fi Lingo bleiben möchte und die überschneiden sich manchmal und er hat das am Anfang dieser Konferenz um das verständlich zu machen hat er ein Beispiel gebracht dass ein reicher Galerist sich täglich Gemälde aufhängen lässt von seinen Bediensteten und jeden Tag muss ein neues Gemälde dort hängen über seinem Kamin und irgendwann gehen aber die Gemälde aus also was machen die Bediensteten die hängen die alten Bilder auf aber verändern die ganz leicht also dass es quasi ein neues Bild ist aber doch nicht und das ist so ein bisschen das was er damit meint dass ihr habt alle Matrix gesehen es gibt diese Szene wo Neo diesen Loop sieht von dieser schwarzen Katze im Treppenhaus und das Déjà-vu und Trinity ihm dann erklärt es gibt keine Déjà-vus sondern das sind sowas wie Glitches wenn die Maschinen was an der Simulation verändern und das ist genau das eigentlich genau das was er gemeint hat das ist einen großen unbekannten Programmierer gibt der die aktuelle Realität verändert und also speist mit Erinnerungen oder mit Elementen von anderen parallelen Zeitsträngen und dass wenn man sich an Personen oder an Dinge erinnert die nicht passiert sind dann wäre das ein Indiz drauf dass die eigene Vergangenheit verändert wurde dass sich das befremdlich anfühlt das ist auch Grund dafür warum er also das erklärt auch warum er immer wieder seine Schwester sieht in Träumen oder dass er das Gefühl hat er hätte sich schon mal mit ihr unterhalten oder sie wäre ihm erschienen also er glaubt da wirklich dran das wäre passiert es wäre nur in seinem Zeitstrahl in dem er sich befindet verändert und dann macht er ein größeres Fass auf mit vorsokratischen Philosophen mit Baruch de Spinoza mit Alfred North Whitehead und ich glaube auch mit Descartes dass er dann dieses philosophische Konzept für sich legitimiert also er sagt woher er wie er drauf kommt nicht nur von persönlichen mystischen Erfahrungen sondern eben auch von von anderen Leuten die darüber geschrieben haben und Spinoza soweit ich es verstanden habe hat eben gesagt dass es verschiedene Substanzen gibt die man voneinander abgrenzen muss um deren Dinglichkeit oder deren Existenz so ein bisschen verstehen zu können also der Baum ist nur der Baum weil er nicht die Straße ist und so weiter und das Ganze kann man so weit spinnen bis zum Universum weil das Universum sich von nichts abgrenzen muss das heißt das Universum ist die ultimative Substanz und schlussfolgert dann dadurch dass das Universum göttlich ist also Gott ist das Universum weil es nichts gibt wovon Gott sich abgrenzen muss weil er der jenige ist der alles schafft und das geht dann so eine denkende Entität ist oder ein mimender Gott in tausend Körpern und Universen der ja also der quasi Realität vorspielt wie so ein Puppenspieler der uns Kulissen aufbaut und die manchmal verändert und so weiter wie so eine große Simulation eigentlich von Realität dann geht er über und bezieht sich auf die Bibel natürlich und sagt dass das Königreich Christi ja angekündigt war und Christus eben nicht genau gesagt hat wo dieses Reich ist oder wann es kommt nur dass es von den Lebenden erreichbar wäre und in seiner Denke bedeutet das dass es eben nicht am Ende einer Lilianzeit kommen muss mit dem jüngsten Gericht oder so was oder mit dem Ende der Menschheit sondern dass das parallel irgendwo existiert und dass eben dieses Wissen irgendwo existiert sich zwischen diesen Realitäten reinführt dass das Wissen zu Göttlichkeit führt verlorenes Wissen oder eben Wissen dazu zu einer Interaktion mit dem Göttlichen und damit auch ein Ausbruch aus dieser Welt in der wir leben ja nur es ist jetzt nicht Atlantis oder Hyperborea oder ein Weiser über dieses ganze Wissen verfügt sondern es existiert einfach in einer parallelen Dimension es existiert in unserer Dimension und mit diesem Wissen in unserer Dimension wenn du es richtig einsetzt kannst du in die andere kommen quasi ja ganz genau und das wäre eben jetzt kommen wir endlich zum Römischen Reich das wäre mit dem Römischen Reich verloren gegangen also bevor alles verkristlicht wurde hätte es eben diese paganistische Welt gegeben in der das Wissen vorhanden war zwischen den schlechten und den guten Welten er benutzt irgendwann den Terminus Black Iron Prison den ich witzigerweise letztes bei The Callisto Protocol das habe ich gezockt und das große böse Weltraum Gefängnis heißt Black Iron Prison das wäre eben diese Welt der Versklavung und der Unterjochung die wir teilweise hinter uns gelassen haben die aber noch nicht komplett also die wird quasi langsam überschrieben in seiner Denke dass man nicht in dieser Höllenwelt wohnt aber dass die letzten Zeichen davon immer noch nicht ganz ausgemerzt sind und dieses Wissen wie man zwischen diesen Ebenen oder diesen Welten und diesem göttlichen Königreich sich bewegt wäre eben verloren gegangen mit dem römischen Reich und also da hätte ich tatsächlich mit ihm eine Diskussion angefangen warum er das auf die Römer zurückführt nicht auf die Griechen weil die Griechen tatsächlich coole Orakel hatten und eine Kultur wo jeder Ort quasi seinen eigenen Orakel schreien gab und so und die Römer waren ja danach eher die die diese ganze Sachen so ein bisschen eingehegt haben die quasi aus der Eingeweideschau kamen ursprünglich und dann aber so Birdwatching betrieben haben einfach professionalisiert und so eine Art Pseudowissenschaft entwickelt haben aber die römische Art mit dem Jenseits zu kommunizieren ist Antike mit eine der lustigsten finde ich da müssen wir eine eigene Folge drüber machen über Vogelschau und die Auguren und so weil es gab einfach eine qualifizierte Priesterklasse die sich nur mit Vögeln beschäftigt hat und irgendwo in Hütten rumlag und durch so kleine Löcher wissenschaftlich die Zukunft abgeleitet haben und die berühmten Hühner des Krieges in Rom dass man eben die Hühner füttern die Auguren mussten die Hühner des Krieges füttern und wenn die Hühner gefressen haben dann konnte man den Krieg ziehen und gewinnt und wenn die Hühner nicht gefressen haben dann hat man den Krieg verloren und also deswegen wundere ich mich mit den Römern wenn Philip K. Dick so auf die römische Auslegung von quasi Transzendalität stand dann hätte er wahrscheinlich weniger Drogen nehmen und mehr Hühner füttern sollen ja also das überschnellet sich so ein bisschen mit dem was er halt vorgibt wirklich erlebt zu haben also vermischt sich dann mit Erinnerungen und mit Träumen und Vision also ich habe hier in diesem Last Interview Buch den Ausschnitt wo er eben sagt dass er sich an eine früh christliche Vergangenheit von sich erinnern konnte wo er in einer Höhle unterm Kolosseum ermordet worden wäre also er war der heilige Petrus oder wie weil das ist das Grab von quasi Petrus wurde ja quasi dort vermutet und deswegen wird der Vatikan dann auch dort gegründet und so weißt du also das ist ja so ganz ganz frühes Christentum und dann Petrus als Fels auf den diese Kirche gebaut wurde das Grab von ihm anscheinend im Vatikan also er ich würde sagen er impliziert damit ein bisschen dass er vielleicht Petrus war also er wollte dem Interviewer damit erklären warum er als Kind Schluckbeschwerden hatte weil ihm die Kehle durchgeschnitten worden ist in seiner vorchristlichen Vergangenheit oh mein Gott oh mein Gott dramatische Erklärung für Schluckbeschwerden also Glück hat er keinen Durchfall gehabt als Kind ich weiß nicht worauf er das zurückgeführt hätte also er meinte es war so schlimm dass er wirklich an Mangelernährung gelitten hat als Kind weil er einfach er konnte kein Essen runterschlucken und dann hat das irgendwann in 1974 oder so plötzlich Sinn gemacht und dann haben sich die Feben verbunden also 1974 war generell ein interessantes Jahr weil er dort als Folge von einer Weisheitszahn-OP und der Behandlung mit Sodium Pentotal so eine kosmisch mystische Erfahrung hatte die er dann in den nächsten Büchern bis zu seinem Tod wirklich richtig manisch versucht hat aufzuarbeiten und zu erklären er hat eine Apothekenlieferung bekommen von einer jungen Frau die ihm eben dieses Sodium Pentotal gebracht hat und er ist an die Tür gegangen und sie hatte diesen christlichen Fischanhänger umhängen und diese Begegnung also er hat erst dann auf seiner Couch zusammengebrochen mit wahnsinnigen Kopfschmerzen und er hat einen pinken Laserstrahl gesehen den er dann auch in den nächsten Jahren immer wieder gesehen hat mit dem er auch kommuniziert hat der ihm Visionen gebracht hat Dinge über die Zukunft erzählt hat das war für ihn dann quasi so ein Erweckungsmoment und dieses Zufüttern von vergangenen Informationen und Erinnerungen Er hat das dann in der Valis Trilogie verarbeitet also es gibt diese drei Bücher einmal The Divine Invasion Valis und The Transmigration of Timothy Archer und Valis steht für Vast Artificial Living Information System glaube ich und das wäre eben eine Form von ja von Wissen oder von von größerer Entität die ihm durch diesen pinken Laserstrahl Wissen zukommen lässt zum Beispiel dass sein Sohn einen Leistenbruch erleiden wird was dann tatsächlich auch passiert ist also er hatte dann immer wieder immer wieder so Momente wo er das belegen konnte dass er irgendwie kontaktiert wurde oder ausgewählt ist dieses Wissen zu erhalten er hat er hat dann auch rückblickend gemerkt dass Bücher die er schon geschrieben hat zum Beispiel eben Flow My Tears The Policeman Set dass das auch sehr biografisch ist und eigentlich Bezug hat zur rückkehr von von Christus dass er eben sagt diese alternative Welt also wir erinnern uns dieser Jason Taverner wacht auf und niemand weiß mehr wer er ist dass das wieder einen Hinweis darauf gibt dass es verschiedene Parallelwelten gibt und dass es eben auch eine Welt geben könnte in der das Civil Rights Movement gescheitert ist wo Nixon Präsident bleibt und so weiter also dass er der Meinung war es gab diese alternativen Realitäten in denen diese Verbesserungen diese gesellschaftlichen Verbesserungen eben gescheitert sind und dazu beigetragen haben dass es diese Black Iron Prison Welt gibt also die Dystopie quasi also die ja es ist keine richtige Dystopie sondern eigentlich eine dystopische Alternativ Parallelrealität die Dystopie ist ja immer so in die Zukunft projiziert aber es könnte quasi auch zum gleichen Zeitpunkt in der anderen Welt wo es eben anders lief andersrum könnte man wahrscheinlich auch argumentieren optimistischer dann müsste es natürlich auch die Parallelstränge geben in denen alles besser lief keinen Kolonialismus gab die Europäer als sie das erste Mal irgendwo anders hingefahren sind der Meinung waren vielleicht kann man einfach auch mal hier keine Ahnung sich vorbeikamen sich nett irgendwie für die Kulturen interessiert haben und auf einem Friede, Freude, Eierkuchen dann gemeinsam kooperativ Gewürze angebaut haben oder keine Ahnung weißt du also da würden mir schon so ein paar Punkte einfallen wo man sagen könnte keine Ahnung es gibt im Christentum kein Paulus oder Paulus verbreitetes Christentum wie er das gemacht hat aber ist positiv dem Sexualität gegenüber oder so keine Ahnung also es gäbe schon ein paar Knackpunkte die wahrscheinlich einen extremen Einfluss auf den Rest der Weltgeschichte hätten weiß ich nicht Buddha fällt mit 15 vom Pferd und wird niemals Wanderprediger oder so keine Ahnung finde ich extrem spannend führt natürlich immer extrem also führt natürlich nie weit weil wir nicht wirklich darüber springen können in diese Zeiten aber diese Gedankenexperimente helfen uns manchmal auch uns der Auswirkung gewisser Momente irgendwie klar zu werden und zu sagen warum war denn das so bedeutend was wäre denn gewesen wenn das jetzt nicht passiert wäre ja gleichzeitig ist es unglaublich wichtig um sich überhaupt eine bessere Zukunft vorstellen zu können ohne die Fesseln der materiellen Welt wie wir sie jetzt kennen ohne an der Realität so festgehaftet zu sein das ist auch eine gute Gehirnübung und eine gute Übung um sich auch den Optimismus und den Zuversicht zu üben um sich eine Welt vorstellen zu können in der diese ganze Scheiße die im Moment politisch gesellschaftlich abläuft einfach anders laufen könnte in der in der Geschichte was anders gelaufen ist und die Menschen unter diesen schlechten Entscheidungen die vor hunderten von Jahren getroffen wurden einfach nicht mehr leiden müssen das ist so dieser Möglichkeit Gedanke oder der Möglichkeitstrieb der auch in uns in uns steckt der Innovation vorantreibt der es auch möglich macht nicht nur in so dystopischen Zukunften zu denken sondern auch in vielleicht Utopien mal wieder zu denken aber dieser Gedanke von so parallel Universen das ist ja ein ganz prominenter geworden der jetzt in so der ganzen Science-Fiction-Kultur immer wieder aufgegriffen wird den er dann jetzt wahrscheinlich hat er als erster geprägt oder hat er das einfach am prominentesten vertreten aber es ist auf jeden Fall ein Gedanke den wir immer wieder finden also ich glaube ich glaube nicht dass er das erfunden hat aber er hat das auf jeden Fall er hat das so ein bisschen von diesen er hat das so ein bisschen in den Alltag reingeholt hatte ich immer das Gefühl deswegen fand ich das auch spannend ich hatte sonst nicht so viel mit Sci-Fi vorher zu tun aber gerade dass es so sehr greifbar ist und eben nicht so Weltraum Alien abgefahren ist fand ich das immer besonders spannend eben weil es diese spekulative Fiktion ist die so Tendenzen aufgreift und das weiter spinnt und das kann halt alles sein kann möglich sein man kann es halt nicht richtig belegen ja und in diesem negativen in dieser Dystopie er hat ja tatsächlich wenige wir haben jetzt über Utopien geredet er hat etwa wenige Dystopien verfasst mit Philip K. Dick aber mit diesem Argument was du vorhin gebracht hast dass es eben diese Parallelstränge gab in denen es noch viel schlechter lief dadurch und über die über die schreibt er dann also keine Ahnung Blade Runner oder so dann in diesem in diesem negativeren Cosmos ja in dieser in dieser alternativen Realität wo eben das Civil Rights Movement vielleicht niemals Erfolg hatte oder so und das drückt dann rückwirkend durch diese Dystopien wieder eine enorme Wertschätzung für für unsere Welt aus also so habe ich noch nie über die Dystopien von Philip K. Dick nachgedacht ich dachte immer es sind Projektionen auf die Zukunft wie schlimmst mal werden wird aber wenn man das parallel anders sieht so schätze die Realität in der du steckst war weil es könnte auch Blade Runner sein in der du parallel bist das ist eine Liebeserklärung an unsere Realität und zum anderen meint es an in welche Richtung sich unsere Gesellschaft verändern könnte wenn manchen Tendenzen die vielleicht schon vorhanden sind auch gefolgt wird Black Mirror diese bekannte Serie basiert ja auch genau auf diesem Prinzip die Welten die dort gezeigt werden sind ist eigentlich genau unsere Welt ist genau das Bild das diesem reichen Mann jeden Tag neu vorgehängt wird nur mit einem kleinen Detail das verändert wurde wenn falsche Entscheidungen getroffen wurden wenn manchen Tendenzen Platz gegeben wird sich zu entfalten und wenn manche Dystopien auch vielleicht in die Realität umschlagen also Science Fiction ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen eine Gesellschaftstheorie und eine Gesellschaftsreform die Gesellschaft wie sie jetzt ist zu verstehen welche Tendenzen und Strömungen dort vielleicht auch vorhanden sind und die Gefahren auszuloten die vielleicht auch davon ausgehen können ja also und manchmal führt es ja tatsächlich dazu dass Sachen realisiert werden die vorher nur also die vorher wirklich nur Science Fiction war also zum Beispiel der Laser ist ja nur erfunden worden weil H.G. Wells sich den ausgedacht hat für Krieg der Welten und dann haben Leute einfach geguckt können wir das bauen und dann ging das tatsächlich also das das finde ich immer spannend das ist das Interessante an Sci-Fi ja und was nicht auch vor H.G. Wells manchmal ist es auch tatsächlich die Inspiration für die Zukunft was nicht auch H.G. Wells also dieses dialektische Verhältnis zwischen Realität und Fiktion war es nicht auf H.G. Wells mit dem Krieg der Welten der dann in diesem wo alle dachten das wäre echt am Anfang ja genau auch die Form des Mediums in der es dann dargeboten wird spielt denke ich darüber auch eine Rolle ja aber super spannend dieses Verhältnis zwischen Fiktion Realität und dann was in der Zukunft tatsächlich aus der Fiktion gemacht wird und wie viel Fiktion dann doch zur Realität wird und irgendwie so Science Fiction oder generell auch Kunst anspornend sein um kreativ Lösungen zu finden für Probleme die vielleicht existieren die im Moment existieren und wo Lösungsangebote vielleicht auch in fiktionaler Form existieren und existieren werden in einigen Jahrzehnten und ich finde gerade wenn zum Beispiel ein Film wie Blade Runner oder eben die Buchform davon fragt ab wann jemand ein Mensch ist oder was einen Menschen ausmacht ist es ja auch gerade ein extrem aktuelles Thema mit AI mit Sachen wie ChatGPT dass du auch so diese Instagram Bots dass du wirklich lernen musst ab wann habe ich mit einem Instagram Bot zu tun der mir einen sketchy Link schicken will und ab wann ist das tatsächlich ein Mensch also ich habe ich habe schon diese AI Joe Rogan Interviews gesehen wo sie über Moneyboy sprechen und ich habe am Anfang nicht verstanden dass das Fake ist die haben mich die haben mich gekriegt damit so also das ist gruselig und es ist was es ist was sehr sehr reales jetzt geworden dass man sich nochmal fragt was eigentlich so einen so einen Menschen ausmacht und und was für ein Potenzial so eine künstliche Intelligenz hat Dinge vielleicht besser zu machen als wir oder ob wir ein fehlerhaftes Design sind einfach als Mensch es gab doch auch glaube ich dieses Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz die dann irgendwann oder habe ich ich weiß gar ja vielleicht habe ich das auch im Podcast von euch gehört dass die irgendwann auf den Trichter gekommen ist naja wenn man es so betrachtet dann müssten die Menschen eigentlich ausgerottet werden so weil die weil die zu fehlerhaft sind und alles schlechte was passiert des eigentlich menschlichen Ursprungs ist und die wollte dann so einen kompletten menschlichen Genozid anzetteln von der reinen Logik her der Hütte und das lügt nicht ja was hast du noch auf dem Zettel Benni ich hatte so ein bisschen wirklich Schiss davor diese orthogonale Zeit zu erklären weil es wirklich so abgefahren ist und komplex und das das macht es wirklich auch schwierig weil er so viel gelesen hat und das er auch irgendwie belegen kann also nur mal so so diese utopische Welt die er sich vorstellt dieser dritte dieses dritte Outcome dieser dritte Zeitstrahl ist für ihn Arkadien also das griechisch römische paganistische was eben vor den Christen war da würde ihm Julius Evola wahrscheinlich zustimmen da haben wir wieder so eine ganz interessante Verbindung zu so ein paar rechten Ideologen des 20. Jahrhunderts die sich ja auch quasi dann gewünscht haben vor die Moderne zurückzugehen und dann am besten auch noch vor die Industrialisierung zurückwollten in eine Gesellschaft wo alles anscheinend seinen Platz hatte und alle auch begeistert waren vom Gnostizismus und den Katarern oder Manikäern anderen gnostischen Strömungen genau da hat dann jeder sein Faible das er halt zurückinterpretiert für Evola waren es irgendwie die römische paganismus glaube ich auch schon oder so ein neuer esoterischer Religionsglaube den er aufbauen wollte für die Ariosophen waren es irgendwelche erfunden germanischen Priester und für andere ist es Arkadien aber die Idee ist ja immer immer die gleiche und da geht es gar nicht um den Gnostizismus oder um die konkrete geschichtliche Realität sondern was dann als Gnostizismus oder als ursprüngliche Religion verkauft wird ist halt ein Symbol für das Unverfälschte für die Wahrheit für das was irgendwie jetzt im Verlaufe der Jahrtausende verloren gegangen ist verwässert wurde was jetzt in den in den Strömungen des 21. Jahrhunderts kommt sowieso komplett untergeht und was was die Menschen verloren haben vielleicht den Glauben an etwas an eine Idee die Menschen vereinen kann an vielleicht eine Verbindung zu etwas Gottartigem zu etwas was die wiederum die Wahrheit und das Absolute symbolisiert also da geht es glaube ich wirklich weniger um die historische Realität als die Idee dass es mehr gibt als wir im Moment als Lösungen anzubieten haben was allerdings schon mal existiert hat ob das jetzt in Atlantis war ob das in Hyperborea war ob das die Gnostiker waren die dieses dieses Wissen erkannt hatten oder ob wir darin glauben dass es Außerirdische waren die da die Pyramiden gebaut haben und die über dieses technische und darüber hinausgehende Wissen verfügt haben das uns in unserem heutigen Zustand dabei helfen würde wieder ein naturnahes realitätsnahes Leben zu führen was sich gerade allerdings so anfühlt als würden wir in der Riesensimulation leben hätten keine Kontrolle über unser Leben und nur über dieses alte Wissen das hat verloren gegangen ist dieses zurückzuerlangen haben wir auch wieder Kontrolle über uns über unser Leben und darüber wo unsere Zukunft uns hinführen soll also ich war ein bisschen überrascht wie anders er später in diesen also in diesen mystischen Büchern dann eben von der Zukunft denkt weil gerade wenn die Werke davor eher dystopisch waren war er ab diesem Zeitpunkt eher so ein bisschen der Meinung dass er selber diesen prophetischen Status hat mit dem Erfolg den seine Bücher hatten und dass er eben die gute Kunde verbreitet dass dieses göttliche Königreich oder eben dieses Arkadien oder diese bessere Realität manifestiert wird und Leute also die Menschen sich daran erinnern dass das Röfische Reich sich quasi heimlich über die Gegenwart drüber gelegt hat also drüber gespielt hat dass Nixon Cäsar ist und dass also dass diese dass sie sich so drauf gesneakt haben auf den jetzigen so eine Zeitverschränkung würde das im Sci-Fi heißen wahrscheinlich wahrscheinlich ja also so dass er da jetzt langsam drauf kommt und von diesem Valis von diesem ich hab's jetzt nochmal nachgeguckt Vast Active Living Intelligence System eben kontaktiert ist um das zu verbreiten dass wie das funktioniert und dass sich langsam die gute Zeit über die schlechte Zeit drüber schreibt und dass man eben sich hinbewegt zu so einem ja zu so einer Utopie so hab ich das vor der Recherche vom Podcast eigentlich nie gesehen weil Dick war für mich auch dann immer Dystopie aber da ist er sehr optimistisch gewesen bis er dann halt einfach gestorben ist aber das ist doch schön dass eine Behandlung beim Zahnarzt die Medikamente dazu quasi führen können dass ein Mensch nochmal auf die späten Jahre zum Utopiker wird vielleicht sollte ich doch nochmal zum Zahnarzt gehen dieses Jahr damit dieses dystopisches Gefühl zu vertreiben das ich in mir hab dann brauch ich einfach mal wieder gute Zahnarztlarkose ist einfach ein spannender Typ gewesen so viele Themen einfach ich hätte auf andere Sachen noch viel weiter eingehen können aber ja so gerade gerade dieser Verschwörungsgedanke der der so immer Thema von eurem Podcast ist dachte ich es ist wie so eine Verschwörung gegen die Zeit und gegen die Realität neben neben natürlich dieser dieser Paranoia vom Kalten Krieg einfach die Verschwörung gegen das was wir als Realität bezeichnen und dass das aufzudecken gilt da gibt es irgendwas was alle vergessen haben oder was sie nicht wissen und das habe ich jetzt verstanden und so langsam mit meinen Büchern verbreite ich das das ist ja eigentlich das gleiche was auch Sekten Führer tun oder Kultisten das fand ich das fand ich glaube ich am passendsten für den Podcast Ja und es ist eine spannende Frage die ich noch irgendwo gelesen habe nämlich wie würde denn die moderne die Verschwörungstheokultur heute aussichten im 21. Jahrhundert wenn Matrix nie produziert worden wäre und ich glaube die gleiche Frage können wir uns für Philippe Dick stellen wie würde denn die heutige Verschwörungsszene aussehen wenn der einfach einen normalen Job gemacht hätte anstatt Amphetamine zu ballern und 60 Seiten am Tag zu schreiben das hat auf jeden Fall ist auf eine Art und Weise genau diese großen Momente die Philippe K. Dick immer wieder erwähnt die historisch dann eben zu einer Veränderung geführt haben vielleicht zu einer neuen Timeline seine Werke und sein Leben haben auf jeden Fall zu einer neuen Timeline geführt in der wir leben und in der Verschwörungsgedanken einen spezifischen Dick'schen Anstrich angenommen haben unter anderem es gibt natürlich noch andere große Einschlüsse aber diese Matrix Idee ist ja nicht nur in der Sprache der Verschwörungsszene mit der Blue und der Red Pill oder dann der Brown und der Black Pill also man müsste sich andere Metaphern und Analogien suchen um zu beschreiben was da beschrieben wird wenn man diese profkulturellen Referenzen nicht hätte die alle kennen genau ja wobei man ja auch sagen muss Matrix ist ja auch nichts anderes als eine moderne Form des Höhlengleichnisses von Platon wiederum ich finde Dick hat es wunderbar geschafft philosophische Konzepte philosophische Gedanken philosophische Überlegungen dann auch in so eine Alltagssprache oder in so eine Science Fiction Sprache zu übersetzen die irgendwie allen Menschen zugänglich sind und vielleicht dadurch auch so ein Grundgefühl vermittelt das eben in dieser Gesellschaft zu dieser Zeit eben vorhanden war in der Zeit der Paranoia in der Zeit des Kalten Krieges in der Zeit des Red Scares oder dann die Satanic Panic die da noch draufgesetzt wurde also ein unglaubliches Gefühl von Unsicherheit und daraus entstand natürlich ein unglaubliches Bedürfnis nach Sicherheit und aus diesem Zwiespalt zwischen Unsicherheit und Sicherheit und den existenziellen Fragen dieser Zeit konnte Philipp Kedick dann durch seine Science Fiction Romane genau dort anzapfen und auf der Unsicherheit der Menschen noch eine viel größere existenzielle Krise oder existenzielle Fragen aufwerfen die natürlich die Philosophen der Antike schon aufgeworfen haben die auch in der Aufklärung und dann auch mit Descartes oder Voltaire Leibniz aufgeworfen wurden konnte er neu stellen und die Menschheit irgendwie auch neu verhandeln lassen weil sie nicht an Aktualität nicht an Dringlichkeit oder an Bedeutung verloren haben sondern wichtiger denn je sind und wie wichtig die Frage auch für die Menschen sind sehen wir natürlich auch an den Verschwörungstheorien in der heutigen Zeit das sind ja letzten Endes auch philosophische Fragen die auf eine sehr absurde Art und Weise geklärt werden aber im tiefsten Inneren sind es philosophische Fragen nämlich was ist überhaupt Realität wer entscheidet was Realität ist sind es Wissenschaft und Politik oder ist Realität irgendwie mehr ist es mein subjektives Empfinden das Empfinden dass in unserer Gesellschaft irgendwas nicht richtig läuft wie sollte in unserer Gesellschaft sein was gehört dazu ein gutes Leben zu führen heißt ein gutes Leben zu führen innerhalb des Systems das offensichtlich ungerecht ist ein Leben zu führen und dieses System zu unterstützen oder heißt ein gutes Leben zu führen möglichst autark zu leben aus der Gesellschaft auszusteigen und neue Wege zu finden die Realität auch mit eigenen Worten zu beschreiben auf welche Irrwege das führen kann das sieht man ja an diesen modernen Verschwörungstheorien an QAnon oder anderem aber grundsätzlich sind das alles philosophische Fragen die man auch beantworten kann durch Science Fiction die man beantworten kann durch Verschwörungstheorien aber ich meine auch den Punkt man kann das beantworten mit Science Fiction oder mit Verschwörungstheorien und Philipp K. Dick hat hin und wieder mal beide Wege beschritten aber meistens sich für den Sci-Fi-Weg entschieden und das ist eine schöne Auseinandersetzung die auch irgendwie produktiv ist weil das über seinen Tod hinaus und über also genau Leute inspiriert hat sich Gedanken zu machen und seine Gedanken auch weiter zu verfolgen und davon inspiriert wurden und wenn dein persönliches Gefühl von Alienation von Nicht-Zugehörigkeit dazu führt dass du Generationen von Künstlern zu großartigen Kunstwerken irgendwie auch anstiftest und ganze Generationen mitprägst dann ist es in meinem Empfinden eine deutlich produktivere und irgendwie auch langfristig fruchtbarere Auseinandersetzung mit dem persönlichen Gefühl des Nicht-Dazugehörens wie wenn ich sage das ist die Schuld von irgendeiner Minderheit die ich da am Schalter sehe und die muss ich jetzt halt irgendwie bekämpfen und dass das eine Gratwanderung ist und dass ihr das nicht immer richtig hinbekommen habt gerade mit dem Kollegen anschwärzen beim FBI ist klar aber er hat sich größtenteils auf jeden Fall für den richtigen Weg entschieden damit umzugehen wahrscheinlich Ja das war ein schönes Schlusswort oder vielen Dank Benni dass du heute da warst und wir haben ich hatte viel Spaß und habe viel gelernt auf jeden Fall nochmal und muss jetzt ein paar Philipp K. Dick Bücher mir bestellen Vielen Dank für deinen Besuch für deinen tollen Vortrag für deine Einblicke in die Gedankenwelt und literarische Welt Philipp K. Dicks ich habe es auch sehr genossen und ich hoffe du wärst das bald mal wieder Ja danke dass ich dabei sein durfte Ja du kannst also wenn sich die Leute in den YouTube-Kommentaren nicht zu doll über dich beschweren dann kannst du dann haben wir bestimmt mal wieder auch was Literarisches wo zum Beispiel Ellen Ginsberg die Folge kann ich mir immer nochmal gut vorstellen dass wir das zusammen mal besprechen das wäre glaube ich ein lustiges Gespräch quasi unsere Diskussion aus dem zweiten Semester Literaturstudium fortsetzen hier im Podcast Jahre später und ja ansonsten abonniert uns folgt uns lasst uns eine gute Bewertung da wo immer ihr uns hört auf Spotify haben wir jetzt bald 100 Bewertungen die würde ich gerne auch voll machen also also bitte haltet euch ran und vielen Dank an alle die uns auf Patreon unterstützen natürlich und bis nächste Woche bis zum nächsten Mal Ciao bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.